Wir sagen herzlich willkommen zu Formula Student Germany 2022, heute an Tag 3. Wir schauen weiterhin, dass wir durch die Scoutineerings kommen, also ob das Auto praktisch dem Regelwerk entspricht und auch sicher zu fahren ist. Unser Tag begann heute früh mit dem Frühstück in der Queue schon für das Resscoutineering, für das Electrical School. Im Laufe des Vormittags waren wir dann zweimal da drin, jeweils aber nur wegen kleiner Punkte, die wir dann zum Mittag abhaken konnten. Genau, danach konnten wir dann direkt in der Dynamic Area bleiben. Tilt, Rain und darauf folgte der Brake Test, der, Zitat, einer der cleansten des Tages war. Dann ging es für uns direkt weiter zum Chesttrack. Da sind wir leider relativ früh ausgefallen, aber das Problem ist schon gefunden, behoben, sodass wir dann morgen früh mit dem Testtrack wieder starten werden. Ja, wir sind gerade mit unserem abschließenden Briefing durch und sehen uns dann morgen früh wieder.